Willkommen, willkommen zurück, zurück hier bei Frau Lück. Guten Tag, guten Tag. Und wir wollen jetzt nochmal kurz durch den Stand hier das Sammlerstück einsammeln. Wir sind hier wieder bei Velvet Assassin und wir haben ein Fähigkeiten-Dingsbums. Wie sagt man Fähigkeiten-Dingsbums? Wir können nämlich Fähigkeiten und Fertigkeiten erlangen. Und das werden wir jetzt machen. Und zwar werden wir bei OK das nehmen auf Schnelleres Schleichen. Immer ab 1000 gibt es nämlich so einen Punkt. Und jetzt schauen wir mal, wo wir hier noch irgendwie in die Quartiere könnten wir gehen. Wir könnten auch hier in den asozialen Raum gehen. Das werden wir mal machen. Wir schauen mal, was ist hier. Hier ist gar nichts. Okay, ich würde aber lieber erstmal vielleicht, vielleicht, vielleicht durchs Schlüsselloch gucken. Ach, hier war nix. Genau, hier kommen wir rein. Ach, und hier war das mit den Glasschärfen. Das habe ich schon mal gemacht. Da hat man das Spiel beim letzten Mal abgekackt. Um das mal so zu sagen. So, jetzt gucken wir mal durch das Schlüsselloch. Da ist einer. Ein General. Ah, sehr schön. Der hat das Radio gerade eingeschalten. Und das sollten wir wahrscheinlich ausschalten. Und zwar schnell. So. Ha, jetzt hat er was gemerkt. Da stimmt nämlich was nicht. Hat er sich gedacht? Komm her. Freund. Knisterknaster. Guck dein Radio an. Ah, das ist bestimmt ein Wackler. Na, endlich mal was Richtiges. Jetzt. Klasse gemacht. Rausgezogen. Komm, den nehmen wir uns. Ah, Mist. Weg da. So. Den legen wir mal ganz weit weg. So. Hier hin. So. Ach so, ne. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier wieder rein. Und da müsste ich den Typen doch hier. Genau. Durchsuchen. Oh, was ist denn das hier unten? Ach, Gesundheit ist voll. Okay. Jetzt sind wir aber hier im Kegel. Das ist natürlich doof. Das wollen wir ja nicht. So. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Das Radio lassen wir mal an, damit die denken. Ah, was ist denn das immer für ein Krach? Brief nehmen. Was ist denn das für eine Sorge? Und zwar. Den Brief angucken. Inventar. Ein Brief, der vielleicht nützliche Informationen hält. What could happen to me? Don't give up hope, dearest. Whatever happens. One. Also irgendwas. Ja, da sitzt wenigstens was hinter. Irgendwas. Mit. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es hier irgendwas gibt für uns. Ne. Scheiße. Irgendwas mit. Ähm. Gasmasken hat sie erzählt. Jetzt gucken wir mal kurz hier durchs Schlüsselloch. Aha. Hier kann man. Hier kann man wo rein? Okay. Dann machen wir das mal. Irgendwas muss doch hier sinnvoll sein. Ah. Hier ist ein Schacht. Kriechen. Aha. Uiuiui. Oh. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, scheiße. Das ist scheiße. Oh, 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 oh. Wo geht er denn hin? Ah. Ah. Okay. Da ist er. Dreh dich um. Und? Ja. Den legen wir mal hier ab. Oh, was haben wir denn da? Eine Gasmaske? Gegenstand ansehen, das machen wir gleich. Aha. Oh. Kommt der gleich zurück? Oh ja, ich denke mal schon. Der kommt bestimmt gleich zurück. Und ich hoffe... Und ich hoffe... Naja, sing dein Lied, mein Freund. Jetzt. Jetzt. Meine Fresse. Spannung pur. Und wo schicken wir den denn hin? Den schieben wir hier hinten mit hin zu den Jungs. Okay. Hier. Ablegen. So. Tölpel. Ah. Ist voll. So. Jetzt muss ich mich hier konzentrieren. Was ist denn hier auf dem Klo? Ist hier irgendwas? Ah, guck mal, da. Da ist da irgendwas. Morphium ist voll. Scheiße, ich hätte auch Morphium nehmen können. Ich mache mir das manchmal echt zu schwer. Aber man weiß ja nie, wo hier irgendwas liegt. So. Und wo geht es jetzt weiter? Wo geht es denn jetzt weiter? Hier geht es gar nicht weiter. Aha. Hier ist nichts drin. So. Hier auch nicht. Also sind wir hier im Prinzip durch, oder was? Ja, ich habe doch den Brief schon gelesen. Aber ich wollte mir mal... Oh, hier müssen wir aufpassen. Äh, äh, Glasscherben überall. Ach, da ist eine... Ne, da ist keine Tür. Jetzt muss ich mal kurz den Brief durchlesen. Ähm, ne, halt. Ähm. Hab ich doch, oder? Ne, die... Die Gasmaske muss ich mir angucken. Da. Eine Gasmaske mit Atemschutzfilter, die vor giftigen Gasen und tödlichen Kampfstoffen schützt. Pfeifen allerdings sind verhindert. Ja, gut zu wissen. Pfeifen verhindert. Na, ihr seid ja spitze. Ne, da habe ich nichts mehr. So, das Schlüsselloch sehen. Hier kann ja niemand kommen. Im Prinzip gehen wir hier zurück. Wir treten diesen Raum und gehen wieder zurück. Wir müssen bloß durch auf die Glasscherben achten. Jawohl. Ah, so kommen wir der Sache langsam näher. Aber irgendwie ist noch kein Spielstand geladen. Das passt mir irgendwie noch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ausgang. So. Ach so, das war ja der Raum, wo wir reingekommen sind. Da dürfte eingeschätzt nichts sein. Gut. Ah, jetzt ist gespeichert. Yes. Dann als nächstes... ...machen wir... ...die Lugung. Du brauchst noch einen Explosive-Charge erst. Aha. Finde ich Sprengstoff. Okay, alles klar. Dann... Munitionslager. Alles andere wäre ja blöde. Ach so, ja genau. Da waren wir ja schon mal. Das sind die Typen, die mich extrem wuschig gemacht haben. Wo ich aber jetzt der Meinung bin. Pass mal auf, wir können nur direkt hochgehen. Ne, komm, hier wissen wir, auf was wir uns einlassen. Und ich würde sagen, wir schießen die komplett gleich ab. So, jetzt sind wir hier. Den machen wir jetzt platt. Das ist kein Ding. Und zwar jetzt. Jetzt! Halt die Fresse. Kein Ton, mein Freund. Und der andere kriegt von uns schön eine in die Fresse. Achtung! Und... So, jetzt habe ich nämlich die Schnauze voll. Mit euch Fuzzis. Ja, brauche ich nicht in meine Richtung zu locken. Das ist halt doof, weil ich im Endeffekt nicht viel machen kann. Komm her, meine Gute. Kann man hier was durchsuchen? Ne, den kann man bloß aufnehmen, den kann man bloß weg. Oh, das sieht spannend aus, wie wir das hier machen. So. Ich schiebe den zu dem anderen Typen. Hast du immer so ein Stechen in der Brust? Oh, hier müssen irgendwelche Leute sein und sprechen. Wir sabotieren deswegen mal... ...die Sicherung. So, dann kann mich erst mal keiner sehen. Jetzt gucken wir mal hier, das Schlüsselloch. Eins. Das sieht nicht... Oh, zwei. Eins. Zwei. Da oben steht's. Ruhe bewahren. Aber bewegt der sich hier, der Typ? Das ist mir irgendwie hier... ...ääh... ...nichts. Das... Die sind zu zweit. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich muss anders rumgehen. Und das werden wir jetzt tun. Mal gucken, was die Tüte... ...ääh... ...ääh... ...was die Tür bringt. Ob die uns hilft. Einer. Ach, das ist der Typ. Okay. Aber im Grunde genommen... ...müssten wir doch... Äh... Oh, scheiße. Da erwischt mich gleich. Oh, da sind ja zwei. Komm, 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 komm. Ja! Leg dich hin. Oh, Körperdurchsuchung. Oh, 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 oh. Ablegen. Puh. Oh, 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 oh. Scheiße. Jetzt hab ich bloß noch... Weil Munition gibt's hier wohl gar nicht. Jetzt hab ich bloß noch mein Messer. Oh, Mann. Wo ist der Typ? Oder kann man hier irgendwas mit den Kisten machen? Gibt es hier irgendwas hinten an den Kisten noch? Nein, gibt es nichts. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Gesundheit haben die. Ja, okay, aber was nutzt mir das jetzt? So, hier hinten kann der mich nicht sehen. Oh, ist da hinten vielleicht etwas, was mir was hilft? Einer ist doch hier noch. Ich weiß es doch. Morphium? Hab ich. Okay, da gibt es denn dann noch einen hier? Oder wie war das? Scheint nicht so. Mach mal die Tür auf. Was ist denn hier? Wie, wie? Hm, das bringt mir aber nichts. Und was mache ich jetzt? Ne, das bringt mir gar nichts. Scheiße, jetzt habe ich die Morphium-Spritze verdonnert, aber ich kann ja mir noch eine nehmen. So, da habe ich wieder voll. Aber das geht hier nicht. Geht hier irgendwie nicht weiter, oder? Irgendwie auch was am Schaltkasten machen? Ne, kann ich nicht. Hm. Hier irgendwas machen? Geht es da vielleicht weiter? Ah, klettern. Gucke, gucke. Könnte sein, dass ich gleich meine Maske brauche, hm? Kleine, wie sieht es da aus? So, runter, runter, runter. Oh la la. Ah, Spielstand gespeichert. Sehr gut. Wir kommen der Sache näher. Also, hier mache ich jetzt mal Schluss. Da sehen wir uns beim nächsten Mal. Frau Lück. Sagen Sie tschüss. Ciao, 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 ciao. Ohhhh